Herzlich willkommen beim Wochenwetter. Am Sonntag hat uns eine Kaltfront überquert. Hinter der Kaltfront etabliert sich über Mitteleuropa wieder ein kräftiges Hochdruckgebiet, welches auch uns dann goldenes Oktoberwetter mit viel Sonnenschein und zum Teil ungewöhnliche Wärme für diese Jahreszeit bringen wird. Die Nacht zum Montag wird aber noch einmal besonders in der Nordhälfte kalt. Im Norden und im Nordwesten ist stellenweise mit Frost zu rechnen. Die Temperaturen liegen in diesen Regionen zwischen 5 und minus 2 Grad. Im Süden unter den zum Teil noch dichteren Wolken sinken die Temperaturen auf 10 bis 5 Grad. Der Montag startet dann wie gesagt im Norden mit viel Sonnenschein schon. Im Süden und im Osten halten sich zum Teil noch dichtere Restwolken, die sich erst im Tagesverlauf auflösen werden und am Nachmittag ist es dann bundesweit freundlich mit nur mehr harmlosen Wolken. Die Temperaturen steigen auf rund 13 bis 18 Grad. Mit viel Sonnenschein sind schon entlang des Oberrheins bis zu 20 oder 21 Grad zu erwarten. Am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag bleibt uns dann das ruhige Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein aber auch schon zum Teil zäheren Nebel und Hochnebelfeldern erhalten. Diese wird es besonders im Süden und stellenweise auch im Osten geben. Die sollten sich aber dann um die Mittagszeit oder am frühen Nachmittag überall auflösen. Sonst ist es bundesweit von der Früh bis zum Abend sonnig und die Temperaturen steigen je nach Sonne und Nebel auf rund 13 bis 20 Grad. Mit Sonnenschein sind zum Teil 20 bis 25 Grad zu erwarten. Mittwoch und Donnerstag kann es dann im Südwesten und im Nordwesten stellenweise auch bis zu 25 oder 26 Grad warm werden. Am Freitag wird uns voraussichtlich vom Westen her mehr Bewölkung erreichen. Ob aber dann schon mit Regen zu rechnen ist, ist aus heutiger Sicht noch offen. Das war's einmal vom Wochenweb.